Der Arsch ist der. Wir troppen hier oben zwischen allem. Versuch geradeaus runter zu gehen, sonst... Hey, dann wäre er wenn. Ich habe da nicht gesprochen, oder? Ich habe da nicht gesprochen, oder? Das ist eben nicht gesprochen, oder? Wir holen Rechnen, die Tür. Aber der Intent, es gibt nicht das Symbol, es gibt immer der gesamte Kreis irgendwo in diesem Kreis, um uns zu zeigen. Naja, das war mir schon festgestellt, was für ne nervige Information. Naja, es gibt doch mal Planeten, statt Ionensturm, Feuersturm, etc. ist das ein und der Modifikator. Ich bin tot. Ich habe ein bisschen abschirmt mit den Pflanzen. Hat so ein Bot einmal rüber gefossen. Vielleicht hat er mich von uns rüber gefangen. Ja, bleib noch mal zurück. Dann noch mal verladen. Danke für die Hälfte zurück, weil die beherrschte ich ihn auch gerne helfen. Oh, jemand anderes hatte ich auch eingesetzt. Das Licht hat aber auch irgendwas plantiert. Das ist aber auch in der Nähe von der Pflanze. Und... Gerade jetzt keine Sphäre mehr. Ausatmen. Ich habe auch gar nicht erst reingerufen, weil ich mir dachte, wenn wir den da einfach reinmachen müssen, Krawallen gehen wir da raus. Wenn der Scherz vernächtigt wird. Ist er ledig? Der Generator wurde schon entdeckt. Den können wir schon machen. Ich bin weggebombt. Übrigens, deine Feuersturm-Dingsverbombquart nicht benutzt. Achso, meine Feuersturm-Dingsverbombquart nicht benutzt. Ich habe gerade angerichtet. Request approved. Deploying Reinforcements. Reloading! Sending in an Eagle. Calling in a hellbomb. Requesting advanced weaponry. Requesting air support. Request advanced weaponry. Dann wird mal eine Splare reingerufen. Ich habe den Featuren bekommen. Dann mache ich den weg. So. Jetzt sind wir weg. Blot auch noch zerbrochen! Bei mir ist die. Wie ist die? Ich kenne mich! Ich habe den Weg. Wettbewerbs-Ding-Ling. Ich habe den Weg. Wir wissen, dass er in der Weg ist. Ich habe den Weg. Max empty. Max empty. Calling in orbital strike. Standing in an eagle. Standing in an eagle. Dropships. Reinforcing. Ja. Ich glaub du warst zusammen. Oder bin ich jetzt bei dir? Also ich bist bei der Festung? Okay. Und das ist jetzt bei mir. Ja. 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 Out of ammo! Last reload! Calling down a sentry! Out of ammo! Take care. Achtung, das ist ja fehlend. Eieieiei. Und wir laufen da oben über den Schlitzflug, was? Und die nächsten Flügel haben wir? Da, ich probiere mich in halte Richtung hören. Wir machen da oben eine Schlitzflug, aber... Ich lehnte mich nicht dafür. Ich will nur mal den Kopf ablegen. Ich hab den noch mal bei der Rakete. Dann müssen wir nachher eh noch mal rein. Ich hab schon das Anti-Air-Ding gehört nicht von dir noch mal in der Flügel. Da wollte ich abkratzen. Ich habe den Kupf. Ich hab den Kupf. Wir brauchen die Flügel. Ich habe den Kupf. Ich habe den Kupf. Ich habe den Kupf. immer weiter heraus. Ich habe den Kupf. Glaublich in eine Egel. Ich habe den Kupf. Der Torch hat das weg. Das war hier auch immer der Heiz mit dem Flammenwerfer. Ich hab ihn schon. Ich hoffe übrigens, dass die Leute jetzt dadurch, dass der Wienerstand ein bisschen stärker ist. Ich finde es noch mal eine Erinnerung gehabt, dass der Wienerstand nicht relevant ist. Ich hoffe, dass es mehr Leute hier auf die Planeten kommen. Wenn man 6.000, dann würde ich es noch mal sagen. Ich könnte das 20.000 oder 3.000 nur noch auf den Falschen verlegen. Wer im letzten Mal noch ist. Ich bin tot. Ich hab ihn selbst ermordet. Ich bin ein Wetter. Verösstetze. Oh, ich habe lecks, gell. Ich habe lecks, habe ich gesagt. Ich weiß nicht, ob ich Probleme habe, oder? Oh, was geht der Kriter dann? Oh, ich habe die Kriter. Nein, ich weiß nicht. Aber schon Kraft. Sieht nicht um wenig Widerstand dafür, oder? Ja. Wir wollen auf, dass wir endlich das Achtung Feuer bekommen. Ich weiß nicht, dass wir endlich das Achtung haben. Merk Safety! Ich kann das mal, dort in der Stützpunkt fertig zu machen. Also muss nicht. Ich frage noch. Was willst du? Und nichts, bei dir hat noch einen Stützpunkt eingezeichnet. Ja, ich bin gerade... Den bin ich gerade am Machen, aber jetzt bin ich out of Munition. Ich habe ihn in die andere Richtung laufen sehen. Ich so, um willst du ihn doch nicht mehr machen, ist ja lustvergangen. Ich wurde nur von drei Dropships überrascht oder überrannt. Je nachdem. Ich wollte an, wenn ich den Dropship bin, wenn wir hier am Boden anbrennen. Kein Charter oder so. Dramatok facility destroyed. Nails empty! Have a taste of democracy! Dropship! Calling down to support question. Marking location, southeast. Marking location, southeast. Negative! Reloading! Das ist ein Problem. Ich habe das nicht mehr aufgelen. Ich habe das nicht mehr aufgelen. Ich habe das nicht mehr aufgelen. Das war ein sehr Eingabe-Faunger-Code. Endes auf 1-1-1. Ich hör doch mal alles nur in einer Richtung. Da kommt mehrmals. Ja, das ist nur in einer Richtung. 1-1-1-1. Okay, ich wollte eigentlich mal was. Nee, nee. Ach so, hoch, 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 meinst du? Hatte ich mal bei einer Hellbomb, ja. Das freut mich. Kannst du schon mal Richtung Ewa-Führungspunkt ausmachen? Oh, es ist mit dem Elm, äh, Elm in den Kopf. Wenn die da hinten. Marking location, north. Objektive located, east. Support left. Ach so. Package required. Sending in an Eagle. Sending in an Eagle. Got him. Ja. We're two mainly. Ja. Done, ja. You have ignited the torches of liberty. Extraction awaits. Dropping package. Dropping package. Calling down a sentry. Tagging map. South. 100 meters. Requesting air support. Calling an extraction. Coming in line. Magnificat. Last reload. His extraction is not only found. Reloading. Basically, we'll be talking to him. And we'll be talking to him. Actually, it's called, Geh doch zu Hause. Oh, you can say, Geh doch zu Hause. Ich habe das Gefühl, dass ich zwei Leifern schreibe, ob die exakt seien Stellen zu werden. Einer ist ja nah bei ihm, und dann ist er noch bei ihm. Ach so, aber... Ich bin verarschend. Ja, ja, wir gehen da bei ihm zu einem aus. Schau mal wieder in der Ferne noch, dass wir auch wieder in die Luft gehen. Oh, da hinten ist Strider. Wo wo wo? Ah, okay, Strider. Panzer ist ab, Panzer schiebt mal. Ich kann leider nicht tief da rangehen. Ich bin 50 Meter noch zu weit, da kann ich nicht hin. Oh, wir werden gerade gepusht von dem Haupt-Berserker. Ja? 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 Ich muss dir schon mal Gedanken machen was du da für dein Trausel lernst. Hm? Ja? Ja genau. Dann wird jetzt die Walking Barrage natürlich. Das ist okay. Willkommen, Helldriver. Wir können...